legen kann. So, und hier haben wir auch gleich wieder einen, ne? Nehmen wir auch mit. Perfekt. Hab ich... Nee, ich hab keinen. So, bevor ich jetzt hier weitergehe, würde ich eigentlich dem einen Typen da gerne den Sake anbieten. Weil ich habe wieder so ein bisschen Alk gefunden, ne? Ich glaube, dem gebe ich den jetzt mal. Der war da hinten, oder? Die letzte Prothese ist in Ashina. Servus. Hätte ich dir lauschen sollen, wenn ich hier draußen war? Aha. Ah, das ist wieder dasselbe, das kennen wir schon. Dann haben wir noch den Drachenquellsack, Die letzte Prothese ist in Ashina, aber ein bisschen versteckt. Wo denn? Ich bin ja gerade in Ashina, oder? Ah, da. So, hier würde ich gerne wieder rein. Dankeschön. Und mit dir sprechen, ne? Okay, Leute. Ich werde jetzt ganz, ganz kurz aufs WC gehen. Währenddessen könnt ihr hier wieder ein bisschen zocken. Äh, also kurz am Klo. Bis gleich. Seht ihr das überhaupt? Ja, das seht ihr. Okay. Bis gleich. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Gut Bin wieder da Irgendwo ist ein Loch in einem Dach, wo man die Prothese findet Okay Gut Gut Ihn geben So 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 Zurück Gehen wir ihm noch den Stein, weil den Stein haben wir ja auch schon gefunden Okay, und jetzt? So So Soll ich das jetzt machen? Ich hätte aber ganz gerne noch die Prothese Wenn ich Warte Bevor ich das jetzt mache Wenn ich das jetzt mache Kann ich nochmal zurück Beziehungsweise Kann ich Habe ich dann noch die Chance, dass ich wieder Die Nochmal die Kopflosen probiere Wenn ich das jetzt hier reinlege Die Kopfl- Naja, aber man Also man wird jetzt nicht irgendwie gelockt in irgendeine andere Welt oder so, meine ich jetzt So wie Annalondo zum Beispiel Da würde man ja auch eine Zeit lang So Ist das wichtig, oder? Alles klar. Ich habe etwas in die Brust, warum nicht einfach in deinen Arm? Das ist... dummer Junge. Ja. Wie ist es? Es gibt etwas verändert? Nioi und Minamoto-Miya. Das Wort wird von der Kopf entfernt. Minamoto-Miya. Takeru-Sama, wie er es schloss. Das ist die Art von Minamoto-Miya. Aber... ...ein ein körperlich ein Kohl-Kaori-Esch. Ja. Wenn du in die Kohl-Kaori-Eschel in den Kohl-Kaori-Eschel in die Kohl-Kaori-Eschel in den Kohl-Kaori-Eschel. Ich bitte. Geh. Du bist eigentlich am Ende vom Spiel, oder? Oder ist da noch wesentlich mehr? Wo bin ich hier? Ich bin jetzt schon in Aschina, ne? Aschina... Aschina-Burg oder Aschina-Umland? Wo ist die Prothese? Und hier habe ich immer noch nichts. Altes Grab? Schreien der großen Schlange. Da kann ich mich immer noch nicht hin teleportieren. Oberaturm, da bin ich gerade. Altes Grab. Jo. Wüsste ich jetzt nochmal hinlaufen, ne? Rede mit Emma. Okay. Geh. Ich weiß nicht, wie ich mich bleiben. Wenn ich mich nicht verstehe, dass ich mich ... Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht verstehe. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht verstehe, ob ich mich nicht sever. Ich weiß nicht! Ich weiß nicht, wo ich selbst meine Frau ... Ja, und jetzt? Aschina Saka, genau. Ja, und jetzt? Verstehe ich jetzt nicht. Was hat mir das gebracht? Jetzt muss ich nur irgendwie schauen, auch die anderen Schreine. Sollte ich mir wiederholen, eventuell? Keine Ahnung. Bringt das was? Sind da wieder Gegner, neue? Oder ich habe echt keine Ahnung. Ich bin ein bisschen verwirrt gerade. Da unten steht auf jeden Fall jemand. Aber wo waren denn die anderen? Ah, hier sind Schreine, genau. Na, dann nehme ich mir immer mit, ne? Kann ich mit dir? Ne. Oh, wow. Was war denn das für eine krasse Combo? Das reicht's aber hier, ne? So, den nehme ich mal mit. Das ist jetzt, äh, der Schrein, was, äh, vom alten Grab, genau. Und dann brauche ich noch den Schrein der großen Schlange. Den muss ich mir wiederholen. Wenn ich wüsste, wo der war. Oder ob sich das überhaupt lohnt. Raste und rede nochmal, nochmal mit Emma. Okay. Das ist ein ziemlich krasser Delay im Stream. Kann das sein? Rostzimmer. Wie schaust du das jetzt ohne mich weiter? Ja, das ist ja blöd. Wenn du das jetzt ohne mich weiter schaust. Ja, weißt du das dann schon, Keynes? Dann schau ich's mal mit dir nicht nochmal an. Das ist ja uncool dann. Wie, wie? Wie, Togge? Ja, keine Ahnung. Also, die, die sagt mir jetzt nix Neues hier. Hey, warte mal, was? Ist das die Prothese? Lol? Habe ich das die ganze Zeit übersehen? Schwarze Schriftrolle. Was? Ein alter Text, der eine schwarzsterbliche Klinge beschreibt. Gibt das auch schwarze... Blablabla. Offenes Tor. Soll das Tor zur Unterwelt öffnen? Diese Macht ersche... Er schafft Leben. Ich flere dich an. Bring dem Drachen Blut Opfer da. Was? Was ist denn das jetzt? Was ist denn das? Schwarze Schriftrolle? Was ist das? Muss ich jetzt direkt nochmal hier zurück. Was ist das? Was ist das? Das war's für heute. Dann wieder. Oh, lustig. Lol. Wo war denn jetzt der nächste Schrein? Da unten? War das der? Das war der, ne? Glaube ich. Den brauche ich ja nicht unbedingt. Ja, was soll ich jetzt? Hm. Was mache ich jetzt mit diesem schwarzen Klingen-Ding? Achso, hier kann man... Oh, den muss man extra aus... Den muss man extra auswählen. Achso. Ich dachte mir schon, dass sich das überhaupt nicht verändert hat, aber dabei muss man das... Wie sieht das jetzt aus? Genauso. Okay. Sterbliche Klinge? Ja. Schwarze Schriftrolle. Der eine schwarze sterbliche Klinge beschreibt. Neben der roten sterblichen Klinge gibt es auch eine schwarze. Der Name der Klinge lautet Offenes Tor und ihre Macht soll das Tor zu Unterwald öffnen können. Diese Macht erschafft Leben. Ich flehe dich an. Bring dem Dachenblut Opfer da. Hatte irgendjemand eine Ahnung, was ich damit machen soll? Mit der schwarzen Schriftrolle? Und was ich halt natürlich auch noch wissen will, ist, wo jetzt diese letzte Prothese ist, damit ich diese... Es ist ein bisschen kompliziert, aber wenn du mit allen oft genug redest, wechselst Emma ihren Platz mehrmals und du bekommst mehr Content. Okay. Mein erstes Ziel ist aber jetzt im Endeffekt mal die Prothese zu finden und zu wissen, was ich mit der schwarzen Schriftrolle mache. Die eine fehlt mir. Also der hat dann halt irgendwie was Neues gehabt für mich. Ach guck an, der ist jetzt krank hier. Die nehme ich mal mit, solange er noch da ist. Kürbissamen können wir von dem kaufen. Uh, den sollte ich aber schon kaufen, ne? Warte, den Kürbissamen, den hole ich mir mal eben. Nehmen wir zwei. Ach, der kostet 2000. Gott verdammt. Ah, das war jetzt sogar zu viel. 100. Aber egal. Komm, gib mir den Kürbissamen. Sehr schön. So, dann gehen wir zu Emma zurück. Dann habe ich nämlich eine Heilung mehr. Das ist schon mal ziemlich geil. Äh, Emma, Emma, Emma. Wo bist du? Da. Und vielleicht, vielleicht redet sie jetzt mehr mit mir. Die Emma. Die gute. Aber ich wäre echt jedem zu Dank verpflichtet, wenn wir sagen, wenn wir beschreiben können, wo diese letzte Prothese ist und was ich mit dieser schwarzen Schriftrolle mache. Das wäre echt richtig cool. Wenn mir das irgendjemand sagen könnte. Ja, ich weiß eh, dass du das, dass du dann auch nicht warst. Aber hast du vielleicht die Prothese schon gefunden? Die, die mir fehlt? Damit ich eben, äh, hast du schon mal so einen Kopflosen gekillt? Weil da müsstest du ja die Prothese, die mir fehlt, haben, oder? Ihr müsst hier, jemand meinte, hier irgendwo in Aschina kann man durch ein Dach durch. Und da wäre sie. Nur die Frage ist, durch welches Dach? Muss man jetzt natürlich erst mal suchen, ne? Au. Wie komme ich denn da hoch? Gar nicht, oder wie? Schön. Super. Ah. Guck an. Ah, hier war ich aber schon. Google ist dein Freund. Ja, ich kann nicht mit dem Stream googeln. Das ist mein Problem gerade. Servus. Das sind mehrere von denen, ne? Ja, das sind mehrere. Ist der jetzt runtergefallen, der eine? LOL. Wo ist denn der letzte jetzt hier? Der ist einfach weg. Ich glaube, der ist runtergesprungen. Er hat umgelaufen mit denen, ne? Da hinten ist noch ein Item, das ich noch nicht geholt habe. Also, es hieß, es sei versteckt. Ein bisschen tricky. Was? Wer? Er passt schon. Ich meine, ich habe mir das letzte Mal schon eingebildet, dass ich hier irgendwo eine Hütte gesehen hätte, wo was drinnen ist. Ich weiß noch nicht, wie ich reinkomme. Ich weiß noch nicht, wie ich hier in der Hütte gesehen hätte, wo ich hier in der Hütte gesehen hätte, wo ich hier in der Hütte gesehen hätte, wo ich hier in der Hütte gesehen hätte. Kannst du mir gerade vielleicht mal googeln, wo die Prothese ist? Das wäre mega cool. Weil ich habe echt absolut keine Idee. Ich weiß noch nicht, wie ich hier in der Hütte gesehen hätte.